Meine Enkelin soll zukünftig diese Firma leiten. Sie wird alles lernen von der Pike auf und dann ihre Vorgesetzte sein. Ich bin für sie da. Wann immer sie mich brauchen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Du bist jetzt sehr vermögend. Und du trägst bald eine große Verantwortung. Der Mann an deiner Seite muss mehr als nur ein verliebter Schöngeist sein. Er muss dich und unseren Namen schützen. Ich bitte dich, mir Ottilie von Faber zu überlassen. Bitte abgeschlagen. Lebst du sie? Mehr als du es jemals tun wirst. Nein! Bis zum nächsten Mal.